Auf deine Lieder senk' ich Schlummer, Auf deine Lippen send' ich Kuss, Indessen ich die Nacht, den Kummer, Den Traum alleine tragen muß. Um deine Züge leg' ich Trauer, Um deine Züge leg' ich Lust, Indes die Nacht, Die Todesschau'r weben allein durch meine Brust. Du, die zu schwach, um tief zu geben, Du, die nicht trüge, wie ich bin, Drum muß' ich abends mich erheben Und sende Kuss und Schlummer hin. Auf deine Lieder senk' ich Schlummer, Auf deine Lippen send' ich Kuss, So kann eine Liebesidylle beginnen, Als wenn nach aller Leidenschaft Nun behaglicher Frieden über das Paar kommt, Indessen ich die Nacht, den Kummer, Den Traum alleine tragen muß. Also keine Beziehung im Gleichgewicht. In dem Moment, wenn der Partner schläft, Ist der Sprecher auf sein dunkles Selbst zurückgeworfen. Er trägt alleine die Nacht, Wohl indem er nicht schlafen wird, Trägt alleine den Kummer, Der wohl ein allumfassender, kein konkreter ist, Und den Traum. Dieser wird nicht näher spezifiziert, Aber es muß ein belastender Traum sein, Wenn es ihn zu tragen gilt. Um deine Züge leg ich Trauer, Um deine Züge leg ich Lust. Ein unklares Bild. Es ist wohl die Trauer und die Lust, Die der Sprecher beim Anblick des schlafenden Gesichtes empfindet. Lust, weil es ein geliebtes Gesicht ist, Trauer, weil es eine begrenzte Liebe ist, Die der Sprecher empfindet. Indes die Nacht, die Todesschauer, Weben allein durch meine Brust. Wir haben es also mit der Erfahrung zu tun, Dass man auch gegenüber dem geliebten Menschen einsam bleiben kann, Wenn man etwas mit sich trägt, Das man, warum auch immer, nicht mitteilen kann. Das Einsamkeitsgefühl, das sich daraus ergibt, Vermittelt geradezu eine Todesangst. Die Tonbeugung, also bewußte Falschbetonung, Auf Weben erzwingt eine besondere Betonung des Allein. Du, die zu schwach, um tief zu geben. Das ist aber doch irritierend. Soll die Schwäche der Geliebten tief genug zu geben, Eine Mitschuld am Einsamkeitsgefühl des Sprechers haben? Du, die nicht trüge, wie ich bin. Das Du erhält zweimal durch die Tonbeugung besonderes Gewicht. Ist die angesprochene einfach nicht die richtige, Oder bastelt sich der Sprecher hier aus seiner eigenen Unfähigkeit, Sich zu öffnen und mitzuteilen, Auch noch Hemingway-mäßige spröde Allüren? Tiefes männliches Schicksal, dem keine Frau gewachsen ist? Ich plädiere immer dafür, ein Gedicht auch in einem möglichen Kontext zu lesen, Und nicht in erster Linie an der echten Biografie des Autors gemessen. Als Monolog des Wegen seiner Vergangenheit auf immer einsamen Menschen ist und bleibt das Gedicht berührend, Vor allem, wenn man die betroffene Frau nicht aus dem Blick verliert. Anders ausgedrückt, aus Sicht eines Hamlet gesprochen, Würde dann vor allem das Schicksal einer Ophelia betroffen machen. Drum muß ich abends mich erheben und sende Kuss und Schlummer hin. Er läßt sie wörtlich übertragen, alleine auf dem Bett zurück, wenn sie eingeschlafen ist. Er muß es tun, weil in ihrer schlafenden Gegenwart seine Einsamkeit für ihn unerträglich fühlbar wird. Aber Kuss und Schlummer sind auch für ihn dahin, Für ihn gibt es keine beseligende Zärtlichkeit und keinen seligen Schlaf. oder für ihn gibt es keine besogingen Schlaf. Bist du vielleicht auch für ihn? Ich verstehe, bekomme die Z tabern. Wenn du dann einfach alles in der Näheischen Schlafstelle, Vielen Dank.